Was glaubt man, du siehst, heute wird es Summons geben, denn wir haben Platz 1 erreicht, wieder auf JP. Und was meine ich mit wieder? Ich weiß nicht, wann ihr das Video ansehen werdet, aber das sind diese Platz 1 Preise nach dem Release vom Banner von LR Baby. Da heißt es, wenn ihr die Preise bekommen habt, dann waren es die. Wenn ich wieder sage, ich weiß halt nicht, weil ihr das Video seht, das sind die Preise, von denen ich spreche. Was gab es? 30 Stones, 30 Tickets, viele weitere geile Stuff, auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen. Aber dementsprechend können wir heute Summonen. Ihr seht, wir haben 50 Stones, wir werden in der Mitte ein Multi hier noch raushauen, bei dem Legendary Banner. Aber wir fangen dann natürlich mit den Tickets an. Wir haben hier 30 Tickets, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück bei euren Summons. Oder im Endeffekt, wenn ihr schon gesummt habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was habt ihr gezogen. Ich fange einfach mal an, in der Mitte hauen wir dann quasi den Multi beim Legendary Banner von Vegeta raus. Und dann bin ich drauf geschaut, was hier abgeht. Wir haben an der Stelle hier erstmal Boo, unserem Boy. Das sind Free Tickets, sehr schön, finde ich gut. Herr damit, Platz 1 Preise. Wenn ihr keinen Streamcat bekommen, dann ist es Dead Multi quasi. Das ist wirklich geil, natürlich. Es sind zwar nur 5 Charakterien, Logo. Aber. Das kann schon wehtun, auch wenn es... Es sind Free Tickets, ich meine. Free Tickets. Aber gut, ist nicht schlimm. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Wir machen einfach mal G-Cont weiter. Und hauen die Tickets raus. Wie gesagt, in der Mitte machen wir dann einen Legendary Banner Multi. Sollen wir den zum Group Sum machen? Wir machen den zum Group Sum. Dann, Mutter sehen, alleine. Heißt, ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Nicht dem. Dann im Legendary Banner beim Multi. Da wird es ein Group Sum geben. Am Spiel eurer Wahl. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Das machen wir dann gleich. Okay, wir haben zwar 30 Tickets. Das sind im Endeffekt 30 Charaktere. Wir haben kein G-SSR. Wenn ich ein SSR daraus ziehen könnte, wäre es auf jeden Fall cool. Also, wenn man aus den Free Tickets ohne SSR rausgeht, dann tut das natürlich weh. Aber. Es gibt auch LR in diesem Banner. Das wissen wir immer noch, Freunde. Das ist immer noch dasselbe Ticket-Banner. Ich hoffe, ihr könnt LR ziehen aus Free, Freunde. Free Tickets. Die sind einfach free. Das sind ja wirklich free, free, free. Okay, wir sind ja da schon in der Mitte, aber jetzt habe ich gesagt, ich will eigentlich den Legendary Banner. Never kommt hier super Video-Animation. Nee. Ich wollte eigentlich den Legendary Banner am Ende raushauen. Äh, in der Mitte. Aber ich glaube, wir machen eine kurze Planänderung. Ich mache es am Ende. Wissserum. Weil ich werde dann noch hier Sams ranhängen. Heißt, kurze Planänderung. Ich hau die Tickets hier komplett raus. Dann machen wir unseren Multi-Buy-Game LR-Banner. Das wird unser Groups sammeln. Und dann werde ich noch die Tage... Wir bekommen ja das Jubiläum. Geht noch eine Weile. Die Tage bekommen sich hier Tickets aus Daily etc. Da werde ich dann noch gewisse Ticket-Multis raushauen. Die ranhängen. Und dann wird das quasi unser Summon-Video sein. So, eine kleine Ansammlung von Summons. Äh. Kann ich bitte ein SSR ziehen? Nur einen. Aus 30 Tickets bitte. Das sind 30 Charaktere. Ein SSR. Ein Please. Und dann kommt Krillin und man denkt, okay, Featured. Aber dann kommt noch Trunks hinterher. Der will uns das Ganze ruinieren. Ich meine, ja, sind nur pro Multi 5 Charaktere. Aber wenn man es hochrechnet, sind es 30 Charaktere. Pro Ticket ein Charakter. Ein SSR. Ein SSR. Kennt ihr das noch? Ein SSR. Ein SSR. Ein Online-Kabelagoren damals. Das ist auch aus den Tickets. Wenn das wieder passieren könnte, dann ist das natürlich cool. Boy, bitte gib mir aus den Tickets. Ein SSR. Mehr verlange ich nicht. Aus 30 Charaktieren. Ich hoffe, der Multi im LR-Banner wird besser. Ich meine, wenn der besser wird, dann kann ich mich nicht beklagen. Aber schau wieder. Welche Animation findet ihr am langweiligsten? Diese. Ich finde diese. Da kommt einfach Muttersehen allein. Man weiß nicht, was abgeht. GG. Das Brutalste ist, wenn man solche Zones spart oder auf dem Banner wartet, übellang der Multi raushaust und dann kommt meine Muttersehen allein. GG. Du kannst dir nichts erhoffen so. Aber umso geiler ist es dann, wenn was kommt. Wenn was kommt. Pfff. Hä? Letzter Multi. Legit. Kein SSR. Kein einziger SSR aus 30 Tickets bis jetzt. Es sei denn, hier kommt jetzt einer. Komm. Schau wieder. Guck. Bu kommt. Kaling. Oh mein Gott. Was soll man daraus denken? So, was sehen? Eins. Na gut. Ich hoffe, das Spiel hat sich die SSR aufgehoben für den LR-Banner. Nachzubereit, Freunde, für den Groups haben wir jetzt in das LR-Banner rein. Und dann, wie gesagt, wir haben kein SSR gezogen aus 30 Tickets. Und dann, wie gesagt, im Groups sammeln. Lasst uns diesen Multi raushauen. Und nach dem Multi werde ich dann noch Tickets sammeln raus. Und vielleicht auch summons hier. Da werden auf jeden Fall noch summons rangehängt. Lass mich kurz mich sammeln, Freunde. Baby haben wir in der Tasche. Go, Packs. Wir haben kein SSR gezogen aus den Tickets. Können wir hier bitte mehr als den GSR ziehen? Groups sammeln, Freunde. Macht euch bereit. Ihr könnt mir dann eure Puls auf jeden Fall senden. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück auf Twitter, Discord oder Instagram. Auf den Social Media-Kanalien, die die ganze Zeit nichts in der Beschreibung. Nein, wie geht die Animation? Wir gehen nicht direkt Super-Sane. Ich zähle runter. Drei, zwei, eins. Nein, wir kriegen... Wir kriegen ein LR. Wir sind im LR-Banner. Wir kriegen ein LR. Groups sammeln. Wir sind im LR-Banner. Vegito-Animation heißt LR. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die ganzen Tickets, die waren für Müll. Ja, da haben wir unser... Weggeschmissen. Einfach weggeschmissen. Ich bin irritiert gerade. Ja, mein LR. Welcher LR wird es sein? Ich hoffe, aus dem Groups sammeln habt ihr auch was gepultet. Ich hoffe, ich trip gerade nicht. Aber doch, wir sind im LR-Banner. Vegito-Animation heißt LR. Ich glaube, der wird im GSR-Slot sein. Heißt, es wird ein nicht-featured LR wahrscheinlich sein. Ich warte auf die Silhouette. Ihr kennt das, man kennt, man zieht... Man weiß, man zieht was, aber welcher ist es? Komm schon. Es ist der GSR, es wird ein nicht-featured sein. Ja, Mann! Ja, Mann! Baby Duke! Oh mein Gott! Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Dieser Baby sieht so geil aus. Das ist einfach ein Typ für Baby. Und der war im GSR-Slot. Jo, Mann! So, Freunde, nachdem ich mich beruhigt habe vom Pull, nachdem Tag vergangen ist, ihr seht es auch schon, ich habe gerade das aufgenommen wegen dem Raid von Omega-Shalon, die Black-Smoke-Shalon-Missionen etc. Ja, ist ein Tag im vergangenen, jetzt habe ich aber dank der Mission von diesem Raid, kam ich noch auf Multi und hier haben wir dann natürlich noch ein Multi raus, hier an der Stelle. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Jetzt haben wir natürlich nicht so direkt eine Hype-Animationelle, aber es war der Pull von gestern. Also im Endeffekt seht ihr das natürlich alles in einem Abschnitt. Sub-Saint-3, okay. Der war halt auch richtig geil so, ne? Baby! Aber wir machen mal die Kont-Weite, wie gesagt, da werden noch ein paar Summens-Folgen hier. Wir sind jetzt in diesem Multi an der Stelle. Gucken einfach mal, was abgeht, Freunde. Ein Multicont, ich mache den, hauen wir auf die Kont-Raus. Oh mein Gott, ich dachte gerade, wenn es ein Bait wäre, dann wäre es auch ein L. Okay, Kid Pro. Ist es schon ein G.S.R.? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ne, okay, ne. Alles klar. G.S.R., was kommt da? Achso, wir sind noch gar nicht beim G.S.R., aber jetzt! Okay, Bulma-Eres. Alright! Nehmen wir auch an an der Stelle. Und Wifi-Bulma. So, Freunde, dann versüßen wir das Ganze mal zum Abschluss des Videos. Haben wir noch ein paar Tickets und zwei Multis. Auch zwei Multis kommen wir noch beim LR-Banner. Warum, warum gehe ich da noch rein? Vielleicht ist es ein bisschen great, aber ich hätte wirklich gerne GoPanks. Deswegen, wenn ich das so zusammenhole, zusammenkratze, dann werde ich es auf jeden Fall noch versuchen, weil GoPanks würde ich lieben gerne Showcassen, denn die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Ihre Kategorie ist zwar okay, wenn man sich die Karten so zum einen anguckt, dann denkt man sich, das ist doch nichts Geiles oder so. Aber vertraut mir, das Team synergiert übertrieben gut, übertrieben gut. Vor allem GoPanks, wie gestört, was auf was für eine gestörte Key-Anzahl die bekommen an sich. Die starten schon direkt, wenn das Team komplett mit Sieg ist. Also Dragon Ball ist mit 15 Key zu Ultra-Super-Tag. Fehlt da gar nicht mehr so viel. Deswegen versuchen wir gleich einfach unser Glück. Wir machen noch hier ein Single aus Let's Go und dann machen wir einen Multi beim LR-Banner und dann kommen wir wieder zurück und seid sofort Freunde zum Abschluss des Videos. Ich hoffe, das Ganze hat euch bis jetzt gefallen. Wenn ja, gebt mir ganz gerne auf jeden Fall Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung der letzten Zeit. Drückt euch auch mal auf den Abo-Button, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, Freunde. Weil in letzter Zeit gehen wir wirklich schnell. Es ist wirklich insane, Freunde. Es ist wirklich insane. Und ich kann mich da wirklich nur bedanken. Es ist GG, sage ich dazu einfach nur. Wegen den 20K-Vorbereitungen. Die sind im Gange, Freunde. Ich muss da warten bis Ende der Woche. Bis Ende der Woche muss ich warten wegen dem 20K-Video, sage ich mal. Da habe ich mir was überlegt für euch. Da will ich auf jeden Fall auch ein bisschen was an euch zurückgeben. Dauert noch bis Ende der Woche, falls ihr euch das gefragt habt. Okay. Combo. Diese Coms, Freunde. Diese Coms. Da wurden wir auf jeden Fall in letzter Zeit schlauer. Vor allem in dem Stream. Entweder wir sind natürlich ein Featured Charakter. Oder kann auch sein, drei SSR. Und die nicht Featured sind zum Beispiel. Drei SSR an sich. Oder in so einem LR-Banner kann das natürlich auch nur, nur ein LR-Droppen. Wenn es Featured ist, Freunde, dann wissen wir. Wir haben zwei LR-Featured. Aber es sind auch zwölf SSR-Featured. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an, was hier gleich abgehen wird. Ähm. Weiß nicht, was ich... Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Einfach mal drauf, Hucke. Also bis jetzt sieht es aus, als wäre es ein Featured, um ehrlich zu sein. Und... Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Frage ist nur, welche aus den zwölf SSR ist es? Ist es der GSR oder was? Oh, okay. Nur wahrscheinlich. Okay, der ist Featured. Der ist auf jeden Fall Featured. Der war auch der GSR. Hdf. Der war tatsächlich auch der GSR. Krass. Was hat gerade der GSR-Pull? Das ist nur 5% Rate, dass quasi der GSR ein Featured Charakter ist. Aber... Legit. Also Baby war auch im GSR-Slot. Naja, Freunde. Hauen wir noch die Tickets raus. Die restlichen Tickets. Und dann im Single 3 Charaktere. Alright. Droppt irgendwas. Und dann, ja. Haben wir noch... The Legend of One Last Multi. Man kennt's. Bin gespannt, ob im One Last Multi noch was abgeben wird gleich. Im LR-Banner. Ah, jetzt haben wir noch die 5 Tickets. Es sind schon ein paar Tage vergangen. Aber ihr merkt es mich. Ich war gerade quasi am Editieren vom Video. Und dann... Mochte sehen allein, okay. War gerade am Editieren am Video. Und ich konnte einfach nur mein Grinsen nicht verkneifen, nachdem wir quasi auch Tickets nichts gezogen haben. Und dann kam halt wirklich aus dem Multi halt LR-Baby. Es ist so... Es ist einfach gestört. Baby sieht einfach nur so geil aus. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass ich nicht pullen konnte. Es ist zwar nur Glück. Also rein Glück gehabt. Aber... Ja, keine Ahnung. Okay. Die Tickets, die bleiben... Hä? Die Tickets sind nicht so nett zu mir. Aber... Schieben wir mal die Tickets zur Seite. Und kommen zum Hashtag One Last Multi. Goku sagt es schon. Hashtag One Last Multi im Aufwand, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich sage es jetzt schon mal. Dann gucken wir an, was hier gleich noch abgehen wird. Wir sind... Leider Gottes Mutter sehen allein. Leider. Das ist die Animation, die ich am wenigsten mag. Da kann ich mir gar nichts vorstellen, was mit dieser Animation anfangen soll. Aber... So was hängt rein. Wir lassen uns mal überraschen, was hier gleich abgeht. Mit dem Hashtag One Last Multi. Pan. Okay, Pan sammelt sich... Ich dachte, das wäre GS... Äh, Ding. Bait. Pan sammelt sich an. Wenn hier noch Trunks einzeln kommt. Goku einzeln kommt. Und das Ganze zu Gopangs resultiert. Dann hätten wir auf jeden Fall was. Schau wieder, Pan. Ja, die sind Featured, die ganzen SR-Pan. Aber wie es aussieht, ist es hier nur... Der GSR... Äh, jetzt kommen die ganzen Pan, ne? Und welcher wird dieser sein? Schauen wir uns das Ganze mal an. Virus. Strength, Virus, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at you, girl. Mami wanna be my world. You a man, bro. Don't you cry. I'm a girl back after I'm done. I'm done. Next time you wait won't be alright. Untertitelung des ZDF, 2020